Um Apps entwickeln zu können, müsst ihr zuerst den Visual Studio Installer starten und wir müssen für unsere Enterprise Edition die Cross-Plattform-Entwicklung aktivieren. Dazu klicken wir ein bestimmtes Häkchen an, nämlich dieses .NET Multi-Plattform-App-Häkchen. Bei mir ist das schon der Fall. Wenn es bei euch noch nicht ist, anklicken, dann hier unten am besten auf Install While Downloading gehen und schließen. Das dauert eine ziemliche Zeit, da wird einiges runtergeladen. Wenn er fertig ist mit dem Runterladen, einfach euer Visual Studio starten. Und wir legen jetzt ein erstes Projekt an, einfach mal um etwas laufen zu haben, damit die ganzen Grundlagen ein bisschen zu erklären. Es gibt für .NET MAUI natürlich auch eigene Templates. Am einfachsten, ich habe hier bereits zuletzt eine angelegt, am einfachsten findet man es, indem ich hier bei der dritten Combo-Box auf MAUI gehe. Da habe ich einerseits eine normale App, eine Blazor-App oder eine Class-Library. Wir wollen aber genau eine normale App anlegen. Ich gehe auf Next. Hier kann man Projektname einstellen. Ich lasse das aber so einmal stehen, weil wir möchten ja kein bestimmtes Projekt implementieren, sondern nur einmal das ausprobieren. Framework lasse ich auch .NET 6. Dann schauen wir zu, wie dieses Projekt erstellt wird. Und bei den neuen Projekten ist es so, dass bereits Programmcode vorhanden ist. Genau. Wir sehen hier bereits Programmcode. Und rechts sehen wir den Solution-Baum. Den werden wir uns ein bisschen näher mit der Zeit anschauen. Zu beachten ist, dass jetzt in der ersten Zeit, also nach dem Laden, oft erst Dinge als falsch angezeigt werden. Hier unten stehen wir zum Beispiel, da wird irgendwas nicht gefunden. Der Punkt ist, dass hier unten, wenn ihr schaut, Restoring Nugget Packages, Dinge runtergeladen werden. Auch das kann eine ganze Zeit lang dauern. Wir schauen uns vielleicht einmal, also hier oben, das kann man sich, kann man bestimmte Informationen holen. Ich klicke das aber jetzt einmal weg. Wir schauen einmal den Verzeichnis-Baum an. Das erste, was wir sehen ist, dass einmal hier .NET 6 Dependencies aufgebaut werden für alle Plattformen. Android ist klar, Android Smartphones, iOS ist iPhone. Mac Catalyst ist ein Produkt, mit dem man, oder ist ein Framework, mit dem ich iPhone-Code auf Macs laufen lassen kann. Ich sehe hier auch, dass die Rufzeichen verschwinden, ganz einfach, weil im Hintergrund Dinge runtergeladen werden. Und das da ist für Windows-Entwicklung. Bei den Properties haben wir ganz normal die Launch Settings Properties, kommen wir später. Und bei den Plattformen habe ich hier eben die fünf verschiedenen, Tizen ist auch dabei. Ich kann hier hinein klicken und es gibt spezifische Files für jede Plattform. Ich kann Ressourcen hier hinterlegen. Die Files werden wir später noch sehen. Ein Android Manifest und einzelne Programme. So beginnt zum Beispiel das ganze Programm bei Android. Was das bedeutet, kommt viel später. Für iPhone hat das auch eher ein eigenes Aussehen. Da gibt es das Programm CS. Da gibt es ein richtiges Main hier. Und so weiter. Bei den Ressourcen kann man auch diverse Sachen hinterlegen, wie Icons, einzelne Phones und so weiter. Das erste, was ich jetzt einmal mache, ist, dass ich hergehe und das ganze baue die Solution. Ich gehe auf Build Solution und da erwartet mich eine License Anfrage von Android. Wir möchten natürlich diese Android-Lizenz unterschreiben, damit wir Android entwickeln können. Ich klicke hier jetzt drauf und hier sehe ich jetzt eine ganze Reihe an Fehlermeldungen, weil das Ganze mit dem Runterladen noch nicht fertig ist. Ich sehe auch, dass hier in diesem XAML-File, was das genau ist, noch etwas hinterlegt ist. Hier herunten starten jetzt auch kommen DLLs runter, die ich erst benötige für meine Applikation. Das heißt, beim ersten Mal dauert das eine ganze Zeit lang. Ich muss hier eigentlich warten, bis eine Erfolgsmeldung da ist. Nicht irritieren lassen, wenn wir Fehler haben. Wenn wir da hinten schauen, sehen wir, okay, da sind angeblich irgendwelche Packs noch nicht installiert. Hier kriegen wir jetzt eine richtige Fehlermeldung. Und zwar, ich bin im Errorfenster, es steht, Could not find Android Java API Level 31. Aber auch einen Hinweis, wie ich das beheben kann. Ich habe Tools, Android, Android SDK Manager. Wir müssen uns für jedes API oder SDK von Android dieses herunterladen. Dazu gehe ich, Tools. Hier sehe ich die einzelnen Plattformen. Ich gehe auf Android und ganz wichtig einmal auf den SDK, Software Development Kit Manager. Das zeigt er mir unter meinem Dialog. Ich gehe hier rein und ich sehe, dass hier einzelne SDKs installiert sind. Und zwar die 33er Version. Offenbar auch die 27er, nur gerade die 25er. Wir benötigen aber den 31er Level. Da gehe ich auf 12,0, klicke das hier an, Android SDK Platform 31 und sage einmal Apply Changes. Jetzt ladet er sich das runter. Ich muss hier wieder einer Lizenz zustimmen. Jetzt hat er das runtergeladen. Jetzt installiert er das Ganze. Jetzt ist er fertig mit der Installation. Bei mir hat das gute drei Minuten lang gedauert. Ich glaube, er ladet ca. ein Gigabyte runter. Ich schließe diesen SDK Manager und baue meine ganze Solution nochmal. Jetzt ist mein Rebuild fertig geworden. Hat bei mir fast drei Minuten lang gedauert. Der nächste Schritt ist, ich möchte unser Programm starten. Hier oben kann ich mir aussuchen, ob ich das Ganze unter Windows laufen lasse. Als Android App oder ob ich das Ganze hier auf iOS laufen lasse. Wobei das ein bisschen komplizierter ist. Das wird in einem eigenen Video erklärt. Ich möchte das Ganze jetzt auf Android Emulator umstellen. Habe allerdings noch keinen Emulator installiert. Da gibt es hier links den Open Android Device Manager. Zu dem komme ich auch hier über Tools Android Device Manager. Ich öffne den. Im Prinzip ist es so, dass ich mir hier wirklich ein Handy nach dem anderen installieren kann. Hier habe ich ein Nexus 6 API. Da wird allerdings ein Fehler angezeigt. Ich gehe jetzt her und erstelle mir ein neues Gerät. Und ich nehme einfach ein Pixel 5 API 33 möchte ich nicht, weil wir laufen am 31er auf Android 12. Die Einstellungen lasse ich alle gleich. Ich gehe hier auf Erstellen. Hier werden noch diverse Lizenzbedienungen abgefragt. Und jetzt beginnt er dieses Pixel 5 Handy runterzuladen. Das dauert auch gewaltig lange. Man sieht, das Ganze ist ein Gigabyte groß. Und diese Zeit muss ich jetzt einfach abwarten einmal. Wir sehen hier unten im Fenster immer mitlaufen, was gemacht wird. Jetzt ist die Installation fertig. Bei mir hat das jetzt gute 5 Minuten lang gedauert. Und wir können dann den Emulator starten. Und wir sehen hier diesen Android Emulator. Da muss man etwas warten. Genau, wir sehen hier, wie dieses Handy praktisch eingeschalten wird und hochfährt. Und auf diesem Handy werden wir dann unser Programm starten. In der Zwischenzeit können wir hier diesen Gerät-Manager schließen. Gut, jetzt ist der Emulator bereit. Und jetzt klicke ich hier noch einmal drauf und starte praktisch mein Programm in dem Emulator. Und nach einer ziemlich langen Zeit startet unser Programm hier im Emulator. Wir werden sehen, was da angezeigt wird. Ich muss dazu sagen, dass ich bei meinem Rechner jetzt absichtlich noch keine Grafikbeschleunigung eingebaut habe. Wie man die aktiviert, sieht man dann im nächsten Video. Das ist das Hyper-V-Flag, was man aktivieren sollte. Geht allerdings nur, wenn ich Windows Professional habe. Und hier sehe ich, das ist die Applikation Hello World. Das ist unser erstes Programm. Ich kann hier jetzt klicken und sehe hier im Button, da wird sogar ein Zähler hochgezählt. Das ist das normale Start-Programm, das man immer erhält, wenn man ein .NET MAUI-Projekt anlegt. Wunderbar, wir haben unseren ersten Emulator eingebaut. Wenn wir jetzt wollen, so als kleine Änderung, wir können auch hergehen und eine kleine Veränderung durchführen. Zum Beispiel schreibe ich hier nicht Hello World hin, sondern Hello Beistrich World. Und als kleinen Abschluss gehen wir jetzt noch her. Hier gibt es ein Mainpage XAML-File. Das ist die Design-Beschreibung von dieser Darstellung. Wenn man das noch nicht kennt, keine Panik. Aber was ich euch kurz zeigen möchte ist, wenn ich hier den Text Hello World verändern möchte, kann ich einfach hier, ich schiebe das ein bisschen zurecht, kann ich hier den Beistrich wegnehmen und wenn ich auf das Programm schaue, das verschwindet sofort. Es ist nicht mehr notwendig, bei jeder Änderung, ich kann auch hier schreiben, Hello Coding Kurzgeschichten. Und wenn ich hier in das laufende Programm, in den Emulator rübergehe, sehe ich, dass sich das sofort verändert. Kann man sogar etwas verkleinern. Wenn ich es hier laufen habe, werden alle Änderungen, die ich mache, automatisch hochgeladen. Das ist ein sogenanntes Feature, das nennt sich Hot Reload. Gibt es auch schon in anderen Umgebungen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man auf einem Rechner mit Windows Professional das Hyper-V Feature aktivieren kann, sodass man ein bisschen schneller starten kann.